Kanzlermenü ist zum Wort des Jahres gekürt worden. Das gab die Gesellschaft für österreichisches Deutsch in Graz bekannt. In prägnanter und ironischer Weise fasst dieses Wort den Inhalt einer Aussage von Bundeskanzler Karl Nehammer zusammen, betonten die Uroren. Nehammer hatte sich Ende Juli vor ÖVP-Funktionären in Hallein über Kinderarmut empört und erklärt, ein Hamburger bei McDonald's sei die billigste warme Mahlzeit in Österreich. Das Kanzlermenü setzte sich dabei aus insgesamt 314 einzelnen Begriffen durch, darunter beispielsweise Klimakleber, Bodenfraß, 32-Stunden-Woche und Mietpreisbremse. Klimakleber landete auf dem zweiten Platz. Auf den dritten Platz am Stockerl wurde Bodenfraß gewählt. Die heurigen Klimaproteste spiegeln jedoch speziell das Unwort des Jahres wieder, Denn gekürt wurde Klimaterroristen mit 4.541 von 17.856 und somit einem Anteil von 25 Prozent aller Stimmen, dahinter Volkskanzler, dicht gefolgt von Normaldenkenden. Klimaterroristen sei der Leitbegriff all jener, die an der derzeitigen Situation nichts verändern wollen beziehungsweise von ihr profitieren. Resümierte die Jury und eine Abwertung all jener junger Menschen, die sich im Kampf gegen die Klimakrise engagieren würden. Zum Jugendwort des Jahres wurde der Begriff Bracker gewählt. Das Wort hat seinen Ursprung in einem TikTok-Video und wird seither häufig verwendet, vor allem für Hosen, aber auch einfach als lustiges Füllwort für andere Gegenstände und sogar Menschen, betonen die Juroren. Die zweitmeisten Stimmen erhielt Side Eye, was so viel bedeutet wie missbilligender Gesichtsausdruck. Mit 18 Prozent der Stimmen hat der niederösterreichische FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl heuer zum Unspruch des Jahres beigetragen. Der zweite Präsident des Niederösterreichischen Landtages meinte auf die Frage einer jugendlichen Zuwanderin, was Wien ohne die vielen Zuwanderer wäre. Dann wäre Wien noch Wien.